Und zwar, äh... Hab ich grad gesagt, ja man, wir haben grad die ganze Zeit drüber gesprochen, deswegen hat er auch gesagt, ach, echt, ja, ne, dann, na, äh... Was wolltest du sagen, Mann? Ich wollt mal sagen, ja, ihr braucht nicht nice zu sein, ja, nicht nice zu sein, nur weil ich mein Gucci-Tuch dabei hab, ja. Wer würde sowas sagen, ja, wer würde sowas sagen, ja, außer... Geld... Junge... Fuck! Auf Englisch, ja. Irgend so ein Typ hier aus Österreich. Soll ich sagen, soll ich sagen? Einfach nur asoziell, ja, ne, sag's nicht. Weil ich mir diesen Gucci-Tuch hier, was auch immer, er hat irgendwo geklaut, ja, der... Kann er sich... Kann er so ein... Ausgangsloch zurecht polieren, ja. Fuck! Auf jeden, Mann. Das schöne, gute Seran-Zelt, der Pferde, lass mal. Das ist echt cool, nicht schön. Induktionsherz. Ne, 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 ne. Ich weiß nicht, du. Scheiße drauf. Ich weiß nicht, wie auch noch ein bisschen was von dieser Milch da, ja. Ä.k.a. P2. Gokutide, ja. Oh. Oh. Und das, das gieße ich erstmal hin, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie diesmal gleichmäßig, äh, das aufteilen würden, ja. Da haben sie wohl Pech gehört. In diesem Fall auch. Aber ich... Pech gehört. Bis morgen. Tschüss. Alter, er wäscht sich die Hände mal. Was bist du für ein chienischer Bastard, Alter. Ja, das kommt davon. Ja, das kommt davon. Du lernst dazu. Du lernst dazu. Du lernst dazu. Das kommt davon. Das ist die ganze Scheiße wieder. Ich hab's nicht eingepasst, ja. Das klippt schon wieder. Scheiße, ja. Aber ich dachte... Das würde ich gerne sehen, Alter. Was? Das würde ich gerne sehen. Rehkacke in das Glas hinein, bis es bis oben gefüllt ist, Alter. Vielleicht, ja, vielleicht. Schiefst du dir dabei in den After, oder kackst du von Meter Entfernung an? Ja, das bleibt ganz allein, äh... Den Windverhältnissen überlassen, ja? Ganz genau, ja. Ja, klar. Jo, gut, äh... Gib mir das irgendwie schon, ja. Sooo... Komm schon mal. Was? Oh, nichts. Was? So komm dieses Mal, äh... Schüttel da. Also schüttel vorher, gell. Ohne Scheiße, wenn du diesmal schüttelst, Junge. Dann schüttelst du dies nicht mehr selbst, ey. Den... Fick you. Maracuier sagte, ich glaub selbst, hab ich, äh... Ich sag einfach mal, so ein paar Mal schon probiert. Echt? Unter uns noch nie. Ich auch nicht. Gut. Also du auch. Nicht. 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 Mano, ciao. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, herrlich, herrlich. Es fährt gerade sehr Wind, äh, still. Äh, ich mein, leise, still. Aber wir haben uns konzentriert, weißt du, noch die Gläser zu treffen, da wir nämlich nüchtern sind, ja. Ganz einfach. Ja, so ein Gefühl, ja. Du hast hübsche Augen. Ja, danke, joh. Sie auch, ja. Danke. Und warte geht's, joh. Willst du mir was trinken gehen, Alter? Ich will das... Ja, mach mich grad, ja. Echt? Ja, das geht auf mich, okay? Ja. Gut. Gut. Sooo... Irgendwie Pohohoho. Ja, ey, ich würd sagen, er guckt mir wieder in den Spiegel, Alter, du bist so ein Homo-Bastard. Ach. 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 Pff. Das war alles schwul. Was? Ach. Ach. Dad, du bist ein bisschen stark, ne? Ja. Ohhhh, ja. Hast du ein bisschen stark, naja? Du bist ein bisschen stark. Stimmt auch. Stark, wie so stark. Besegelsweise... Ja, ganz ruhig, ja? An de... Bisssel zu... säuerlich, ne? Alter, du bist echt ne Puss, die ist zu säuerlich, mann. Zu bitter? Bitter oder säuerlich? Das muss ich vielleicht erst erklären, Alter. Alter, willst du mich rollen? Bitter ist doch einfach ne Scheiße, egal. Es geht einfach nur um zu sauer, mann. Zu bitter, alles ist zu bitter, verdammte Scheiße. Deine Kackwurst ist bitter, Alter, wenn du sie frisst. Das können wir vielleicht auch mal testen. Nicht! Sie sind dran, ja, ja, also das Zeug klingt von mir echt unfassbar, ja. Also, falls die bisherigen Bewertungen viel zu gut waren, sieben, sechs, und scheiße, sechs, und zehn. Krass. Das ist schon ein krasser Unterschied hier. Das ist echt krass. Also Leute, merkt euch, kein Maracuja-Saft kaufen. Man könnte denken, na ja, nicht unbedingt, ja, manchen Leuten kann es gefallen, ja. Aber man könnte denken, da das Zeug alle verschiedenen Sechsterfen nur gelohreichisiert hat, das Wort gäbs nicht, ja. Ähm, ich hab vergessen was ich sagen wollte, gib ja das Ding, ja, bis dann, ja. Wie ist der Riechstel? Ach, da sind wir ja wieder. Grüß euch, euch, trinkt ein Mann. Nein, Saft. Ein Saft, ja. Gut. Was sagst du? Ich versuche grad zu definieren, was du, warum du das als sauer bezeichnest, ist einfach nur so, ich hab grad getrunken, ne. Hab geschluckt. Und dann hat sich auf einmal ganz viel und immer noch Speicher auf meiner Zunge gebildet, Alter, weißt du. Was auch Fynn weiß, dass es doch säuerlich ist. Aber jetzt nicht so säuerlich, aber das geht so. Fängt flach an und steigt ganz langsam, ganz langsam. Hier geht's langsam, aber ist ja auf jeden Fall schon mal gut, das ist ja ungefähr auch der Zunge. Ja, aber es schmeckt trotzdem gut. Wunderbar, ja. Deswegen gibts nun, oh ja, ne 7. Ne 7, ja? Ja, ne 7. Und schaß? Ja, 6, 7. Wieso haben wir wieder rausgepumpen? Ja, ohne zumal die noch mal Weisheiten zu machen. Und zwar, weil wir ja nicht genug Speicher haben. Und zwar, ähm, werden wir uns deswegen verabschieden. Ich und, beziehungsweise TK Cypher und Keoni verabschieden sich hier. Besuchen sie uns bald wieder in unserer Airline, ja? Was ist denn da beschissene Airline, ja? Was glaub ich für ein Scheiß hier? Halte, bis hier, bis hier, bis. Bis, 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 bis. Hallo, wir sind wieder, nein, 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 wir sind gar nicht wieder da, bis, bis. So, hallo, heute, nein, gar nicht, bis. So, hallo, heute, nein, gar nicht, bis. Bis.